Die Pointinger Bau GmbH in Grieskirchen. 2012 von Holzbaumeister Bernhard Pointinger gegründet, hat sich das Unternehmen von Beginn an der ökologischen Holzbauweise und der Nutzung ressourcenschonender Energietechnik verschrieben. Waren es anfangs noch Einfamilienhäuser in Holzriegelkonstrukt, deckt Pointinger Bau heute die Bereiche Bauträger, Projektentwickler, Generalplaner und Generalübernehmer für den mehrgeschossigen Wohn- und Objektbau ab. Spezialisiert ist das Unternehmen auf sogenannte Green Buildings. Unsere Gebäude sind bewusst mit den Materialien errichtet worden, die man wieder verwenden kann, wieder recyceln kann, eine Kreislaufwirtschaft, ein Gebäude auch wieder demontiert werden kann. Und das ist auch das, was wir zukünftig bei den Klimazielen, was wir erfüllen wollen und müssen, auch brauchen. Das Konzept der Pointinger Green Buildings wirkt aufgrund seines ganzheitlichen Zusammenspiels aller wesentlichen Faktoren. Die Merkmale von Green Buildings sind natürlich, dass in Holz gebaut worden ist, aber auch, dass man Acht gibt auf die CO2-Reduzierung, also im Betrieb, genauso wie beim Errichten. Unter anderem hat ein Green Building immer eine eigene Stromproduktion, nicht nicht am Dach, bevor er an lag, sondern auf die Fassaden. Genauso muss ein Green Building Regenwasser verwenden oder nutzen. Wir nutzen, lesen und sparen somit natürlich Trinkwasser durch die Regenwassernutzung. Als Generalübernehmer bietet Pointinger Bau alle Arbeiten aus einer Hand. Das beginnt bereits bei der hausinternen 3D-Planung. Wir arbeiten von Anfang an digital am 3D-Modell und übergeben dann im Zuge der Ausführungsplanung auch dann das Modell an die ausführenden Firmen, beziehungsweise auch unsere Bauläder auf der Baustelle haben die Tablets und können auch da wieder am digitalen Modell nachschauen, was zu tun ist, beziehungsweise auch mit den ausführenden Personen auf der Baustelle kommunizieren. Somit werden Fehler durch die ausführenden Gewerke bereits im Vorhinein vermieden. Die ausführenden Firmen vergeben wir in dem jeweiligen Gebiet, wo wir sind. Wir bauen in Oberösterreich genauso wie in Kärten. Wir bauen in der Steiermark, wir bauen in Salzburg, Niederösterreich. Die Professionisten suchen wir sie vor Ort. Die arbeiten natürlich genauer nach dem, was wir planen. Auch in Kirchheim, im Witzelg-Gmunden, entsteht demnächst ein hochökologisches, kompaktes Green Building, das Green Harmony. Das Green Harmony ist natürlich ein Green Building und unter anderem ein betreutes Wohnen für bis zu 19 Wohnungen, die wir unter anderem haben. Green Harmony hat unter anderem jetzt gerade diese Woche Klimaaktiv Gold auszeichnet bekommen und 1000 Punkte von 1000 möglichen erreicht. Da geht praktisch momentan nichts mehr drüber. Build it Green – nachhaltig und ökologisch mit Pointinger Green Buildings.